Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Es gibt einen ersten Sommertransfer für unsere zweite Mannschaft. Steven van der Slot wechselt nämlich in die Knappenschmiede. Der 19-jährige rechte Verteidiger wechselt in unsere U23 und ist damit auch dort unser erster Neuzugang. Zuletzt war der Niederländer bei Ajax Amsterdams Zweitvertretung unter Vertrag und spielte da eine ganz gute Rolle. Er kam zumindest in dieser Saison auf 10 Einsätze von möglichen 38. Also er hat da nicht mehr überragend viel gespielt, aber es war halt auch schon die zweite holländische Liga. Und das darf man nicht vergessen, wo ihm Ajax 2 zu Hause ist. Und deswegen ist das sicherlich ein guter und spannender Transfer für unsere zweite Mannschaft. Generell muss man sagen, dass unsere Zweitvertretung eine wichtige Rolle auch im nächsten einnehmen wird. Natürlich wird dann der Sprung von der vierten in die erste Liga nochmal größer als er jetzt war. Mit der vierten in die zweite. Aber unsere U23 nimmt dann eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle ein in der Entwicklung von jungen Talenten. Und jetzt hat man eben mit Steven van der Slot ein 19 Jahre junges Talent geholt. 1,75 Meter groß. Spielt eben eigentlich immer als rechter Verteidiger. Und dann kann man mal gucken, was da passiert. Sein Vertrag läuft aus. Er kommt ablösefrei. Da kann man erstmal nichts falsch machen, weil in der U23 gibt es ja eh jedes Jahr extrem viel Bewegung. Mit unserem Trainer dort, Jakob Fimpel, haben wir auch einen wirklich spannenden Trainer, der auch genau auf solche jungen Spieler setzen kann, setzen wird. Und somit bin ich gespannt, was mit dem Ajax-Talent so passieren wird. Aber erstmal natürlich vereinschätzen trotzdem ganz gut, wenn man da sieht, wie es vorangeht auch bei der U23 und da jetzt auch schon mal der erste Transfer fix ist. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alles Schalker.